Ich könnte mir da was vorstellen gerade, aber dem ist leider nicht so. Ach du Scheiße. Ist das der Mond, sieht eher aus wie ein Planet, ey. So ein komplettes Stück einfach rausgerissen, ey. Oh. 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 Schiffe nähern sich ihrer Position. Oh. 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 Das ist mein Gott. Falten jetzt für mich oder was? Hier sind wir! Dumps. Was auch immer denselben Punkt? Was hat er gesagt? Was ist das? Warte Leute, lass mich doch mal in Ruhe jetzt. Okay. Okay. Cool. Die Frage ist nur... So, es gibt Ruhe. Ja. Ja. Genau. Okay, der macht das schon da unten. Falls es vertrauens zu ihm. Ich glaube so. Jetzt vermute ich mal... Ich habe mir schon gedacht, so jetzt habe ich mir das ja... Ja. 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 Bitte kommen, Kilo 1 4. An alle Einheiten, Kilo 1 4 antwortet sich bereit machen für Angriff auf das Ziel an Sender 4. Verstanden, sind am Eingang von Sender 4, Position und Kacken bereit. Na, ich komme nicht ganz da oben hin. Falschpilot, kommt zu! Stocker bereit macht! Er hat sich selbst nötig gejagt. Guter Junge. Bester Mann, Alter! Aaaaaaah! Pfff... 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 ... du dummes zauf in einem blöden ich will den piloten können sich gut halten Wir haben verloren. Wir haben verloren. Ja, Meiler, nie so ein professioneller. Ich bin ja mal der Double-Taker, kann man ja mal überlegen, ne? Ja. 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 Ich nehm' – Ja, geht doch. Ober. Richter, wir brauchen Unterstützung. Feindpilot ist immer noch aktiv bei Sender 4. Ober. Unterstützung? Ein C-Schweigling. Unterstützung ist unterwegs. Versuch's doch! Sonst noch jemand langer Weide. Kannst mich raten, ich soll hier drauf springen. Das Modul ist im Projektor der Schüssel. Ablink-Zielerpassungsmodul getrennt. Protokoll 2, Missionsupdate. Ablink-Modul geboren. Erwarte Ihre Rückkehr, Cooper. Achtung, Wartungsmodus aktiviert. Eiam DEI! Abonniert! Aus.